so herzlich willkommen zurück zu final fantasy 13 im letzten part haben wir erfahren wie lightning zu ihrem messe gekommen ist beziehungsweise das messer dass sie dann hope weitergegeben hat und auch wie sie davon erfahren hat dass sarah ein puls wie sie ist wie eine puls wie sie ja und das lief bzw das geständnis das lief gar nicht mal so gut aber gut was wir machen und das ist auf jeden fall lightnings neue waffe die ich im letzten part noch ausgerüstet habe schaut ein bisschen naja sagt mir dann abgenutzt aus und macht schon wesentlich weniger schaden das merkt man dann spürt man schon deutlich die verbesserung die ich jetzt schon in die andere waffe hineingesteckt habe da macht die man die feuer angriffe schon wesentlich mehr schaden das war gut die hälfte ist tp tp walten sonst gibt ja das ist auch nicht nur gut das ist nicht ganz schlimm gut jetzt haben wir auf jeden fall mal die waffe gesehen und müssten wir mal schnell nicht wieder die andere aus weil die ist dann doch ein bisschen zu schwach genau ja hier ordnen und da jede menge neue neue komponenten wilde monster flugmahre heißen die ok die heißen die in der waffensysteme ach westbitteinheiten okay ich glaube ich habe die im letzten part schweber genannt wenn ich mich nicht täusche stimmt da nicht ganz aber wo hätte ich das denn jetzt wissen sollen alles kann ich mir auch nicht merken so dann stoppen wir uns schnell den beheben und mit dem kommen wir auch recht gut klar ja ich denke zwei atb-balken drauf mit brecher und dann auf doppel sequenzen dann nicht mehr so gut wie geschockt sein obwohl der halbe müsste auch reichen so als doppel sequenz und dann schnell schocken ja haben wir noch gut im griff die zwei angriffe noch und dann wieder auf extermination und da funktioniert das was ich mal angesprochen habe mit diesen atb-balken auffüllen wenn man das paradigma wechselt ich habe bloß zwei angriffe eingesetzt habe gewechselt und dann war er wieder direkt voll wie genau ich das immer auslöse ich habe schon gesagt keine ahnung es funktioniert auf jeden fall das magische momente ach so okay wir haben einfach mal einen neuen laden bekommen ja gut warum nicht kann man schon mal machen mal schauen wann die nächste speicherstation kommt dann können wir uns da gleich mal das inventar ein bisschen anschauen und da ist auch direkt geschäfte magische momente rechts umfangreich wenn ich mal naja gut denkt wenn ich weiter drüber nach und machen hier weiter okay da kommen können wir umgehen schnappen wir uns schnell den beheben hier und holen uns dann die schatzkiste selbst prozedere wie gerade eben wieder ein bisschen brecher mit dem brecher drauf und schnell dann doppel sequenz schnell schocken und dann erledigen auch das war ein bisschen früh na gut kommt halt noch ein brecher angriff mehr dieses mal drauf jetzt eine extermination machen ja und dann ist eigentlich gleich erledigt so hoch ja ich wollte gerade sagen greifen wir lieber an ich glaube diesmal ja fällt auf dem boden ich frage mich ob der aufsteht dieser behemoth oder ob das die behemoth am anfang noch gar nicht machen und erst die späte weiß ich jetzt nicht so genau jetzt mal schauen ist die barriere ist nicht mehr aktiviert gut die können wir eigentlich auslassen weil die prägen uns weiter nichts genau wie die also jeden einzelnen gegner müssen wir dann doch nicht machen ach die dreiergruppe wir gehen mal dahinter auch wenn das wie eine falle aussieht und das ist eine falle normalerweise würde man doch die schatztruhe mitten in den raum stellen und es wäre noch keine gegner da naja aber wir hatten wir hatten ja eigentlich eh vorgegen die fieche hier zu kämpfen um an die schatztruhe ranzukommen also von daher nimmt sich das eigentlich nichts der schatztruhe ranzukommen und im deutschen zubereich was ist das schade ist das so jetzt mache ich mal einen atb balken noch drauf das tat weh so und jetzt bringen wir ihn schnell auf 120 und dann ja ich denke wir uns eigentlich reichen jetzt machen wir das mit extermination also im schock das ist eigentlich gleich erledigt sein führt wasser elementare angriffe aus okay haben wir bisher noch nichts weiter davon gesehen aber gut vielleicht ist es auch besser so wenn wir das nicht sehen so und was gibt es hier eigentlich auf was okay duftöl na gut haben wir zwar schon einiges aber bei solchen bio komponenten da ist quantität auf jeden fall sehr gut okay das sind auch so ist das mehr parteienkampf ja schaut so aus ja den nehmen wir mal mit hier wir geben jetzt natürlich gar nicht mal so schlecht also ich hier erledigen wir mal zuerst obwohl ja schnappen wir uns mal den behemoth hier der scheint nicht aufzustehen ich mache noch ein bisschen schaden ja das reicht der jetzt schnappen wir uns noch die schakale eventuell besiegen die dem behemoth sogar obwohl ich glaube die machen auch nur auf jeden fall der behemoth oder einen von den gegnern besiegt ja gut sparen wir uns auf jeden fall ein bisschen zeit sondern noch einer so ist er uns der beemoth hier dem mit nachsitzenden die luft katapultiert gut der braucht noch vielleicht ein paar schläge ja von leiten ich glaube noch ein schlag von leitling und das war's sehr gut okay gibt es da vorne noch was ja als hätte ich gerade davon nicht gerade davon geredet sieht ja überhaupt nicht verdächtig aus hust hust so da oben ist noch ein behemoth stoppen wir uns die gegner ich mal hört wir haben uns gar nicht gesehen so hauptschock den schnell und jetzt weiter auf den behemoth leitling 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 schnell bitte dankeschön fördern wir schnell die luft und machen wir den fertig so und jetzt die behemoth wo ich höchstens noch den 1 artb balken raus und ich glaube das ist nicht mehr sicher ja der eine gut aber trotzdem haben wir ganz gut schaden ausgehauen aber ich die trotzdem mal schnell auf heilungstaktik ich könnte mir vorstellen dass der gleich hier aufschließen einsetzt und da möchte ich mit leiten nicht unter der hälfte der tp sein und das könnte dann ganz schnell das aus bedeuten weil das wieder ganz schön weh tut gut auch kann sich ja schnell mit praktikulartracke hoch heilen so das machen wir doppel sequenz schocken wir ihn schnell weil der schock ist jetzt ziemlich stabil genau genau jetzt noch extermination dann ist er auch weg und jetzt hoffe ich mal das hat sich gelohnt irgendwas was man verkaufen kann das wäre aber nicht schlecht ein schutz amulett ja gut na gut na gut reden wir nicht weiter drüber ja führt floh aus gut wer es braucht meinetwegen ja diese items diese notfall items die habe ich eigentlich nie benutzt ich meine man kann die verbessern und beziehungsweise die haben wir noch eine andere version da sorgen dann dafür dass man an kampfbeginn gleich einmalig dieses diesen positiv zustand hat und da gibt es aber auch da habe ich auch nur eins davon benutzt also und zwar das item das hast ausgelöst hat weil das ist wirklich gut wenn man gleich am anfang des kampfes immer hast drin hat also bei bossfights weniger als beziehungsweise doch bei bossfights ist auch ganz gut wenn man einfach von anfang an schnell unterwegs ist um dann gleich hier positiv zustände an alle zu verteilen ja da ist auf jeden fall bringt schon was aber wie gesagt also außer hast habe ich da wirklich nichts benutzt die anderen haben mich da immer weniger interessiert müssen wir gegen die vier kämpfen ich glaube schon ja da hinten liegt auf jeden fall jemand das waren wahrscheinlich die vier ne da wären wir auch gar nicht vorbeigekommen ich könnte jetzt mal vor vorne einfach odin rufen ja nicht dass wir ihn an irgendeiner stelle tatsächlich mal brauchen und dann habe ich ihn verschwendet das wäre irgendwie dämlich so super den einen angriff den könnte man sich auch sparen ja da war mal das giftreißen und das war tatsächlich doch ein bisschen schaden okay der hat das einfach mal irgendwo hingemacht auf seine kollegen anscheinend ja warum nicht okay langsam wird es doch ein bisschen kritisch so so auch noch mal ein bisschen heilung langsam gehen die mir mit diesem giftreißen echt auf die nerven und lightning könnte hier eigentlich mal den runden umschlag einsetzen weil würde sich dann doch ein bisschen anbieten okay die teilen doch ganz schön aus ja wenn man da ein bisschen länger braucht ja 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 ich wollte es doch echt wissen ja gut aber langsam haben wir jetzt einen griff jetzt ist es nur noch der eine wird uns kaum noch klein kriegen ja mach ruhig dein giftreißen das bringt jetzt auch nichts mehr ja zwei angriffe von lightning und dann ist es auch gegessen wunderbar die waren doch ein bisschen ein bisschen kniffliger und da hätten wir vielleicht noch ein bisschen das wird bestimmt was gebracht hm naja jetzt ist vorbei na gut was ist hier passiert? schlechtes Glück sie kamen nach uns zu schauen und haben etwas schlimmer gefunden wir können sie einfach so nicht touchen nichts kontrolliere deine Emotionen wenn du willst zu überleben du verletzt über die Sympathie wie kann ich erklären? denkst dir das wie eine Strategie hm focus on your ultimate goal and shut out everything else still your mind move on instinct let doubt take over and despair will cripple you ja ja strategie gut ich nehme alles um zu helfen um zu helfen zu helfen ich würde das Operation Nora 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 Ja. Don't tell me. I know getting revenge on him won't bring her back. I know that! But Sarge won't cut it. Snow didn't kill your mother. The Sanctum did. Whose side are you on? The side of truth. Fine. I'll fight the Sanctum with you. I'll learn to survive. How can you judge someone else when you know that you're the same? Even I have dark secrets. Secrets I'd rather forget. I'll do it. 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 Was ist das, was man sich vorstellen kann? Wir haben noch einen neuen Gegner. Jetzt kommt das ordentliche Militäraufgebot. Gleich mal Analyse. Ich hasse diese Gegner. Diese Art von Gegner, glaube ich, habe ich auch schon mal erwähnt. Diese Motorrad-ähnlichen Teile, die finde ich unglaublich nervig, weil sie wahnsinnig viel aushalten und dann auch ziemlich heftig austeilen. Das heißt, sie halten viel aus. Es dauert wirklich ewig, bis man sie in den Schock versetzt hat. Na gut, aber mit Doppelsequenz geht es wenigstens ein bisschen schneller. Ich muss nur aufpassen, wenn er seine Superattacke einsetzen wird, dass Hope jetzt bei besserer Gesundheit ist, weil das Ding konzentriert sich jetzt auf Hope. Allen Anständen nach. Ich glaube, gleich würde das einsetzen. Ich muss nur aufpassen, dass wir ihn jetzt schnell genug schocken können. Ich glaube, drei Angriffe von Hope müssten reichen. Sogar zwei. Bevor er diesen Angriff einsetzt, Okay, noch einen Angriff von Hope und das war's. Kein Problem. Puh. Okay, das hätte man auch schneller machen können. Na gut. Da kommen noch gleich vier weitere. Das sind aber, okay, sind drei mit, mit, äh, Drei Nahkampfeinheiten und einer mit, mit Waffe. Also mit Schuss, mit Schusswaffe. Gut, schnappen wir uns den mal zuerst, hier den Schützen. Ich weiß nicht, vier Angriffe, ob wir die brauchen werden. Ja, drei Stück. Hm. Ja, die hauen schon gut rein. Okay, Heiltrinker und Phönix-Federn. Na gut. Ja gut, wenn wir Phönix-Federn hier bekommen, das kann nicht schaden. Lieber wäre es mir, wenn die Booster fallen lassen würden. Könnte man dann verkaufen, aber das Glück werden wir wohl erst mal nicht haben. Kann das sein? Hat der Adfeuer eingesetzt? Ja, der hat Adfeuer eingesetzt. Ja, weil wenn der, der, der gerade nah bei Lightning steht, der, wenn der angreift, der macht jetzt Feuerschaden. Ich glaube, ich werde nochmal heilen müssen, bevor ich den erledigen kann. Aber ich glaube, es reicht, wenn Hope sich heilt. Weil Lightning hat dann doch noch ein bisschen mehr TP. Beziehungsweise TP übrig. So sollte man das wahrscheinlich sagen. Ja, ist noch ein Angriff von Hope und das war's. Gut. So, wie viel KP haben wir jetzt eigentlich gesammelt? Ja, schon über 4000. Das nächste Upgrade, das ist das Crystallium-Upgrade. Das wird ordentlich. So, und was gibt's hier? Ein Eternikum, okay? Das erste, was wir haben. Eternikum, das füllt automatisch unsere gesamten Metapunkte auf. Gut. Schnappen wir uns mal, die Gegner hier. Ich glaube, hier werden wir kaum drumherum kommen, dass hier, dass der Gegner, das, wie heißt's, ähm, seine Spezialattacke einsetzt. Weil wenn wir erstmal die Soldaten hier besiegen müssen, dann brauchen wir doch noch ein bisschen länger. Und dann wird er weg. Und dann wird er weg. Und der funken, der konzentriert sich auf Lightning. Okay, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Soll ich mich da jetzt auch nicht von Anfang an hier mit Praktikularattacke angreifen? Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, er wird diese Attacke einsetzen. Und er wird sie? Obwohl, jetzt greift er eigentlich hoch an. Die Frage, also wenn er es auf Lightning einsetzt, dann wird Lightning definitiv erledigt sein. Das war nicht so schlecht. Wunderbar. Wunderbar. Lightning kriegt den anderen Silberreif, den ich Hope gerade abgenommen habe, und den Kraftreif. Dann macht sie noch ein bisschen mehr Schaden. Und es hat sie witzigerweise sogar weniger TP als Hope. Okay. Jetzt ist die Frage, will ich noch die... Hm. Komponenten könnte ich jetzt auch noch verkaufen. Na, ne, aber das machen wir nicht mehr. Gut, dann würde ich aber sagen, das reicht für heute. Das war's mit Final Fantasy XIII. Beim nächsten Mal machen wir hier mit dem Bossfight weiter. Bis dahin. Ciao.